Der Ben liebt Toastbrot. Er äßt Toastbrot jeden Tag. Aber eines Tages missbrauchte er den Toaster. Und der Toaster tutetet ihn. Der Toaster? Der Toaster? Das stimmt gar nicht. Er kann mir nicht essen. Ach, mein Toastbrot. Ich esse gern Wiel Toastbrot. Was machst du hier? Ich will Wiel Toastbrot essen. Du musst nicht ich den Toaster bruzen sein. Er kann dich tutetet. Der Toaster? Das stimmt gar nicht. Er kann mir nicht schaden. Es stimmt, denn ich ein Mädchen war, wo dein Großvater bruzen zu seinen Toaster. Und er starb in nächster Woche. Er war Alkoholiker, nicht? Der Toaster war mit ihm als er starb. Du musst du den Toaster nett sein. Ich finde es schade, dass du nicht genug Toastbrot kochst. Ich kaufe den besten Toaster. Ich gehe ins Kino. Ich komme zu Haus heute Abend. Ah, hier ist dein Prima Toaster. Ah, mein Toaster! Guter Tag, ein neue Toaster. Das ist mein? Wunderbar! Ja, er macht gute Toastbrot. Danke, auf Wiedersehen. 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 Ach ja, ich liebe dich. Nein, nein! Nein, nein! Was willst du? Es tut mir leid, du bist so ein guter Tochter. Ben weiß er, der alte Toaster wird er machen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020